Herzlich Willkommen zu die 5 gruseligsten und mysteriösesten Mysterien. Alles was ich hier sage sind irgendwelche seltsamen Fälle die passiert sind, die bis heute nicht erklärt werden konnten. Also, viel Spaß bei der folgenden Liste. Wer hat Bella in den Baum getan? Am 18. April 1943 wurde in Hackley Woods in Worcestershire in England eine seltsame Entdeckung gemacht. Vier Jungs waren im Wald auf der Suche nach Vögeln, welche sie beobachten wollten. Doch als sie diese Vögel suchten, entdeckten sie etwas sehr seltsames in einer Ulme. Halb aus diesem Baum hing ein menschlicher Schädel, durch den eine Art Pflanze schon durchwachsen war. Die Jungs bekamen extreme Angst und rannten weg. Als sie zu Hause waren, sagte eines der Kinder seinen Eltern, was sie sahen. Die Eltern waren natürlich schockiert und riefen sofort, sie konnten die Polizei. Die Polizei untersuchte diese Ulme und fand in ihr ein ganzes Skelett, welches in die Ulme reingewachsen war. Dieses Skelett steckte direkt in dem Baum drin. Zudem fanden sie bei diesem Skelett auch noch Stücke von Kleidung und einen Hochzeitsring. Dieses Skelett wurde mehrfach untersucht und alle diese Tests stellten heraus, dass das Skelett wohl zu einer Frau gehörte, die ca. 35 Jahre alt sein musste. An dem Tag, an dem sie gefunden wurde, musste sie laut Experten schon ca. 18 Monate tot gewesen sein. Die Leiche wurde auch daraufhin untersucht, ob irgendwelche Gewalteinwirkungen an ihr zu sehen sind. Doch diese waren eindeutig nicht vorhanden. Es sah aus nach einem ganz natürlichen Tod. Und damit konnte ein Mord auch ausgeschlossen werden. Und genau aus diesem Grund stellt sich bis heute die Frage, wieso Bella, wie die Einwohner sie nannten, in diesen Baum gesteckt wurde. Wie sie in diesen Baum geraten ist. Wenn sie doch niemand dort gewaltvoll reinsteckte. Ebenfalls kann sie nicht beerdigt worden sein und der Baum durch sie durchgewachsen, weil innerhalb von 18 Monaten kein Baum so schnell wachsen kann. Wissenschaftler wissen bis heute keine Antwort. Schleimregen Am 7. August 1994 fiel auf die Farm in Oakville seltsame, weiße, glibberartige Tropfen. Sie wirkten schon fast wie Gelee. An sich ist natürlich eine Art Gelee oder Schleimregen schon seltsam. Doch die Sache wurde noch ein bisschen seltsamer, als ich herausstellte, dass genau diese weißen Tropfen menschliche Bestandteile hatten. In ihnen waren weiße Blutkörperchen. Und zwar menschliche weiße Blutkörperchen. Viele Wissenschaftler sagen allerdings, dass dies nicht wahr sein kann, weil man sich bis heute nicht erklären kann, wie menschliches Blut in diese Tropfen reinkommen könnte. Deswegen wurden über die Jahre verschiedenste Theorien gemacht, was es nur mit diesem Schleimregen auf sich hat. So ist eine der Theorien, dass Bomben in ein Meer in der Nähe geworfen wurden und Quallen durch die Explosion in die Luft geschleudert wurden und diese auf die Erde herabregneten. Diese Theorie ist jedoch vollkommen unbestätigt. Bis heute weiß man nicht genau, was es mit diesen Tropfen auf sich hat. Doch manche Experten meinen, dass diese Tropfen alle mal Menschen gewesen sein könnten. Irgendwelche Biowaffentests wurden von der Regierung dementiert. Der Tammam-Schuttfall Im Dezember 1948 wurde ein Mann tot am Strand in Adelaide, Australien gefunden. Die ersten Untersuchungen von diesem Mann ergaben keinerlei Antworten, wer der Mann wirklich war. Sie fanden keinerlei Hinweise, auch als sie seine Zahnakten kontrollierten, konnten sie keine Daten über ihn finden. Die Autopsie vom toten Mann bestätigte, dass er vergiftet wurde und auch daran starb. Also war es ein klarer Mordfall. Lange, lange Zeit, wo es untersucht wurde, gab es kein Ergebnis und so wurde mit der Zeit dieser Fall auf Eis gelegt. Bis John Cleland, ein Professor, die Leiche erneut untersuchte. Er entdeckte etwas Besonderes an der Kleidung der Leiche. Und zwar war in dem Hosenbund der Leiche eine geheime Tasche versteckt, welche vorher anscheinend übersehen wurde. In ihr lag ein klitzekleiner Zettel, auf dem die Worte Taman-Schutt standen. Diese Wörter sind die letzten Wörter einer persischen Poesiesammlung. Und diese Wörter bedeuten, es ist vollendet. Das Buch, aus dem diese Worte stammen, wurde in einem Auto in der Nähe vom Strand gefunden. In diesem Buch stand ebenfalls eine Telefonnummer. Als sie diese Telefonnummer dann anriefen, stellte sie sich heraus, dass sie einer Krankenschwester gehörte. Sie sagte, dass sie einem Patienten dieses Buch mitgab. Und zwar einem Patienten namens Albert Boxell. Alle dachten, dass der Fall mittlerweile dann gelöst ist. Als sie dann der Familie von Albert Boxell die traurige Nachricht überbringen wollten, fanden sie etwas Merkwürdiges heraus. Albert lebte noch. Und er besaß auch noch sein Buch. Und in diesem Buch fehlten auch keinerlei Worte. Bis heute wirft dieser Fall Rätsel auf. Wer ist tatsächlich der Mann, der da lag? Wieso stand die Telefonnummer der Krankenschwester in dem Buch? Und was hat es zu bedeuten, dass er diese Wörter bei sich trug? Es gab auch ähnliche Fälle. Und die Polizei weiß bis heute nicht, was es wirklich hiermit auf sich hat. Doch wenn es sich um einen grausamen Mörder handelt, der einen Plan verfolgt, ist er immer noch auf freiem Fuß. Wer hat Isidor Fink ermordet? Isidor Fink war ein polnischer Emigrant in New York. Er besaß ein Geschäft, wo die Menschen ihre Wäsche waschen konnten. Isidor hatte unglaubliche Angst vor Einbrechern und Dieben. So holte er sich Sicherheitsschlösser. Er verschloss alle Türen und Fenster fest. Er vernagelte sogar aus Angst die Fenster. Es war unmöglich, in seinen Laden einfach reinzukommen. Eines Nachts am 9. März 1929 hörten Nachbarn Schreie und Schüsse aus dem Gebäude. Sie riefen sofort die Polizei. Als diese allerdings ankamen, bemerkten sie, dass alle Türen von innen verschlossen waren und die Fenster weiterhin vernagelt. Es gab nur ein wirklich winziges Fenster, als Möglichkeit in das Haus zu gelangen. Dieses Fenster war allerdings ebenfalls verschlossen und gerade mal groß genug für ein Kind. Als sie die Tür öffneten, bemerkten sie, dass Isidor tot am Boden lag. Und zwar mit zwei Einschusslöchern. Mittlerweile gibt es zwei Theorien zu diesem Fall. Die erste ist, dass ein agiler und wirklich sehr gelenkiger Mensch es geschafft haben muss, irgendwie in das Haus zu gelangen, den Mann erschoss und irgendwie wieder von innen rausgegangen ist und dabei alles wieder verschlossen hat. Hier stellen sich allerdings auch wieder Fragen, warum er einbrechen wollte und Isidor töten wollte, da es keinen Grund hatte, dort einzubrechen, da andere Geschäfte deutlich leichter zu erreichen waren. Die zweite Theorie ist, dass Isidor sich selbst ermordet hat. Doch hier bleibt natürlich die Frage, wieso er dies tat und sich zweimal erschoss und wieso er voller Angst schrie. Viele andere Menschen sind sich sicher, dass in dieser Nacht etwas in diesem Raum war. Etwas, das nicht menschlich ist. Experten wissen nicht weiter. Kommen wir nun zu dem letzten Mysterium. Und das ist der Gnom. In 2008 entdeckte José Alvarez etwas sehr Merkwürdiges in seinem Garten. Und zwar einen kleinen, menschenähnlichen Gnom, der draußen im Gestrüpp herumlief. José selbst filmte alles mit seinem Handy und stellte dieses Video auch auf YouTube. Er sagte in einem Interview später, dass er mit Freunden unterwegs war und sie plötzlich etwas Seltsames hörten. Sie hörten Geräusche, als würde jemand mit Steinen werfen. Und dann sahen sie, wie sich etwas im Gras bewegte und sie dachten, es handelt sich wohl um einen Hund. Als sie dann aber genau das Gras untersuchten, entdeckten sie eine gnomartige Figur, die langsam durch das Gras ging. In dem Heimatort von José wurden schon häufiger seltsame Gnomwesen gesichtet. Experten nahmen breit Spuren von ihnen auf wie kleine Fußabdrücke und sie untersuchten auch die Orte, wo sie gesichtet wurden. Die Polizei weiß heutzutage nicht, wer oder was durch Solta in Argentinien geht. Sicher ist aber eins, und zwar, dass es nicht normal ist. Und zwar, dass es nicht normal ist. Untertitelung des ZDF, 2020